Glory be to God, in 1st John 5, the verse 14, in 1st Johannes 5, the verse 14, in 1st Johannes 5, the verse 14, and we want to read from the verse, the verse number 14 and 15 rather, also wir lesen jetzt ab Vers 14 und inklusive Vers 15. Hier sagt die Bibel, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Vers 15, und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Halleluja! So sagt hier Johannes, das ist das Vertrauen, das wir in ihm haben. Was ist das Vertrauen, über das Johannes spricht? Dass wir in Christus haben, ganz einfach, er hört uns. Amen? Amen? Das Vertrauen, das wir in Christus haben, ist, dass Gott uns hört. Das scheint sehr einfach zu sein. Doch viele Menschen, die auf der Erde rumlaufen, glauben selbst das nicht. Sie haben keine Gewissheit. Die haben nicht diese Sicherheit, dass Gott sie hört. Deshalb ist unsere Sicherheit, unsere Stärke, unser Vertrauen, unsere Sicherheit in Gott, in Gott, ist, dass er uns hört. Warum ist das so wichtig, dass du und ich das wissen, dass er uns hört? Nicht manchmal. Jeden Augenblick. Diese Zuversicht kann nur kommen, Wenn du verstehst, dass Gott Sünder nicht hört. Amen! Amen! In Johannes 9, Vers 31, der Mann, der blind geboren wurde, nachdem er Jesus begegnete, und wurde seine Sicht wiederhergestellt. Er begegnete den Pharisäern und Sadduzeern, und die beschwerten sich, dass dies ihm am Sabbat-Tag getan wurde. Und da wurde er also bedrängt. Und so sagte er zu ihnen, Und ihr nennt diesen Menschen, der mich vor der Blindheit geheilt hat. Aber es gibt eine Sache, die ich weiß, dass Gott Sünder nicht hört. Johannes 9, Vers 31, Wenn Gott aber Sünder nicht hört, und Johannes dir und mir sagt, dass die Zuversicht, die wir in Gott haben, diese ist, dass Gott uns hört, dann will er uns etwas sagen, dass wenn Gott uns hört, heißt, dass wir keine Sünder mehr sind. Und das ist das große Problem, das wir heute in der Welt haben. Und das ist das große Problem, was wir heutzutage in der Welt haben. Zwischen und unter den Beliebungen. Das Wandel im Bewusstsein, obwohl Gott sie geliebt hat, und seine Errettung durch Christus Jesus gesendet hat, und selbst trotzdem in ihrem Bewusstsein, definieren sie sich als Sünder. Und so ist die Sicherheit und Zuversicht nicht da. Und immer wenn sie sich Gott nähern, das wahre Flehen, das wahre Bitten, so kommen ihre Probleme in ihnen auf, und so ist die Zuversicht nicht da. Und so erzählt uns hier Johannes, dass die Zuversicht, die wir in ihm haben, die ist, dass er uns hört. Amen. Amen. Damit wir dies verstehen. Schauen wir drauf, was uns die Bibelübber von Jesaja sagt. Jesaja 59, Abvers 1. Und hier sagt der Prophet etwas. Er sagt, sieh, behol. Er sieht, blickt auf. Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten. Noch ist sein Ohr zu schwer zum Hören. Vers 2. Er sagt, Sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht für euch, dass er nicht hört. Hier sagt uns Jesaja, dass unsere Missetaten, unsere Sünde, dass das das Problem war. Niemals wurde erwähnt, dass Gott von uns getrennt war. Dass Gott dem Menschen nicht zuhört. Die Ohren Gottes sind offen für alle, um uns zu hören. So ist das Problem nicht aus der Sicht Gottes. Das Problem liegt an der Blickweise des Menschen. Vers 2. Er sagt, eure Missetaten. So sind es eure Missetaten, die dich von eurem Gott getrennt hatten. Es waren eure Sünden, die sein Gesicht vor euch verbargen. Und so macht uns Jesaja hier klar. Er sagt, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, dass er nicht retten könnte. Es sind also wir, die nicht empfangen können. durch ein Hindernis, was vor uns steht. Und deshalb tut dieser blinde Mensch, er sagt, Gott hört doch keine Sünder. Der Sünder ist der, der an seiner Sünde festhält. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Und als Jesus Christ kam, kam er, um die Sünde hinwegzunehmen. Damit wir hören können, sodass der Vater uns hört. Amen. Und deshalb ist Jesus Christus, er nahm hinweg unsere Sünden, unsere Missetaten, damit wir wissen, dass der Vater uns hört. Denn wenn wir in Christus sind, ist dies unsere Zuversicht, unser Vertrauen, dass in ihm keine Hindernisse bestehen, nicht was uns hindert, ihn zu kennen, dass der Vater uns hört. 1. Johannes 3 ab Vers 5 hier sagt Johannes und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. und in ihm ist keine Sünde. Amen. Now, in ihm ist keine Sünde. Wenn es in ihm keine Sünde gibt, ist unsere Zuversicht, unser Vertrauen in ihn, ist nichts, was uns abhält, den Vater zu hören. Wenn wir nicht in diesem Zuversicht wandeln, dann wandeln wir noch im Bewusstsein der Sünde. Wir wandeln immer noch in dem Verständnis und der Sichtweise, dass wir Sünder sind. So sagt Johannes, Jesus Christus wurde manifestiert, um die Sünde hinwegzunehmen. und so sind in ihm keine Sünden bestehen. Und so will Gott, dass wir in ihm bleiben. Wenn du in Christus bleibst, dann sündigst du nicht. Deshalb sagt der nächste Vers, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Es ist nicht nur um anzuerkennen, dass du in ihm bist. Es ist eine Offenbarung. Ich bin in Christus. Aber du musst in ihm bleiben. An dieser Zuversicht festhalten, dass der Vater deine Sünde hinweggenommen hat. dass du weißt, dass er dich hört. Halleluja. Halleluja. Ehre sei Gott. Und wenn du weißt, dass der Vater dich immer hört, dann wirst du wandeln, wie Jesus wandelt. Amen. Amen. Zuversicht. Er hat niemals den Vater angezweifelt. Er wusste, dass der Vater ihn immer hört. Aus einem Grund. Das war nicht, weil er besonders war. Nicht, weil er etwas getan hätte, was den Vater einfach so zufriedenstellte. Er wusste, dass er kein Sünder war. Amen. Er war keine Person, die etwas falsch verstanden hätte. Amen. Er wusste, wer er weiß. Halleluja. Halleluja. Und so wurde er zuversichtlich, als er vor dem Vater stand, er wusste, dass der Vater ihn hört. Und so sind du und ich heute. Wir brauchen nichts. Wir brauchen keine Hilfe von außen, um uns zu helfen, um zu erkennen, dass der Vater jetzt da ist. Dass der Vater dich hört. Wir leben heute in einer Welt, in der wir viele Dinge brauchen, um unser Selbstbewusstsein aufzubessern. Wenn die Atmosphäre nicht auf eine bestimmte Weise ist, wenn es nicht spektakulär ist, dann fällt deine Zuversicht. Mein Vertrauen sagt, Gott war nicht wirklich da. Ich habe ihn nicht wirklich gespürt. Nein, du brauchst keine Hilfe, um zu wissen, dass der Vater dich immer kontinuierlich hört. Du musst nur wissen, das, was dich von dem Hören von ihm abhielt, wurde hinweggenommen, was die Sünde ist. Und so wandelst du zuversichtlich, immer, an jedem Ort, unter jeglichen Umständen, und der Vater hört dich. Halleluja. Halleluja. Ehre sei Gott. Das ist so mächtig. Denn wenn wir das verstehen, realisieren wir, dass Gott uns gegeben hat. Er hat in dir und mir etwas platziert. Er gab uns jede Lösung, jegliche Lösung zu jeglichen Problemen, was wir im Leben begegnen mögen. Denn alle unsere Verlangen, jedes unserer Verlangen, wurde schon erfüllt. Amen. Also in Christus zu sein, ist in dem Vertrauen zu stehen, dass was auch immer, ich dem Vater bringe, entsprechend seinem Willen, hört der Vater. Amen. Halleluja. Halleluja. Das ist sehr wichtig. Denn der Wille Gottes ist das erfüllte Verlangen des Menschen in Christus. Alles, was der Mensch jemals verlangen mag, wurde schon erfüllt. In Christus. Dadurch, für dich und mich, bevor wir etwas verlangen mögen, präsentiert Gott seine Erfüllung. Und seine Präsentation ist sein Sohn Jesus. Wenn Gott seinen Sohn nicht bei sich behalten könnte. Wie könnte er irgendetwas vor uns enthalten? Das war das Argument von Paulus in Römer 8. Er, der uns vollkommen frei seinen eigenen Sohn gab. Wie kann er uns nicht alles geben? Was brauchen wir denn noch? Wenn der Vater uns schon alles gegeben hat, in seinem Sohn Jesus. Das eine Geschenk ist sehr, sehr facettenreich. Amen. Amen. Jesus Christus ist mehr als genügend für uns. Wenn wir Christus haben, wissen wir, dass wir das Ohr des Vaters haben. Und wir wissen, dass er uns hört, dann wird der Wille des Vaters uns gegenüber schon eine erfüllte Realität. Es ist schon eine Erfüllung. Und so ist heute, Leben wir nicht, indem wir etwas verlangen, was außerhalb von uns ist. Wir leben in der Realisation, dass alles, was wir verlangen, schon eine Realität ist. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Es benötigt eine große Menge innerer Stärke, an diesen Ort zu kommen. Wo, was auch immer du willst, du schon weißt, dass du es schon hast. Was du immer sein mögst, das bist du schon. Ehre sei Gott. Das ist eine andere Art zu denken. Es ist nicht, wie die Welt denkt. Was auch immer ich will, da giere ich nach. Das ist das Prinzip der Welt. Amen. Amen. Was auch immer ich sein will, da giere ich nach und da dränge ich mich hin. Aber Gott hat uns Jesus gegeben, dass wenn wir Jesus sehen, was wir immer sein mögen wollen, wir wissen, dass wir es schon sind. Denn wir sind eins mit Christus. Christus ist unser echtes Selbst. Er ist das erfüllte Verlangen. Jesus ist, was du sein willst. Und das nimmt dich heraus aus dem Wollen und Verlangen. Amen. Amen. Das gibt dir die Kraft, alles zu überkommen und jede irdische Versuchung. Jakobus sagt uns, auf die Art, wie wir in die Sünde fallen. Er sagt in Jakobus 1 ab Vers 14, Jakobus 1 ab Vers 14, er sagt, ein Mann wird durch seine eigene Sinneslust fortgezogen. Ein Mensch wird weggezogen durch seine eigene Sinnesluste. Und seine Sinneslust wird versucht. Und wenn diese Sinneslust versucht, Nummer 3 empfängt sie. Und wenn diese Sinneslust empfangen hat, Nummer 4, bringt sie die Sünde hervor. Und wenn die Sünde vollständig ist, bringt sie den Tod hervor. Das ist der Prozess. Ein Mensch ist hinfortgezogen durch seine eigene Sinneslust. Nicht Verlangen. Sinneslust. Denn du gierst, nach dem, was in der Welt ist. Denn in der Welt ist die Gier. Amen. Dass wir entkommen sind aus der Korruption der Welt, aus dem Falschen in der Welt. 2. Petrus 1, Vers 1, Vers 4. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Damit wir entkommen aus dem Übel, was in der Welt ist, durch Sinneslust. 1. Johannes 2, Vers 15 und 16. Sagt er, das, was in der Welt ist, die Sinneslust, das Gieren durch den Augen und der Stolz des Lebens. Was in der Welt ist? Lost. Die Sinneslust. Amen. Amen. Wenn die Sinneslust, wenn der Mensch davon hinfortgezogen wird, was in der Welt ist, dieses Gieren, was die Bibel Sinneslust nennt, versucht wird und dann empfangen hat und hervorbringt die Sünde. Und wenn die Sünde vollständig ist, den Tod. So funktioniert das Ganze. Und so tut Gott er hat uns alles gegeben in uns. In Christus. Damit wir nicht nur nach außen schauen. Denn wenn du nach außen schaust, sieht man die Sinneslust. Amen. Das ist die Sinneslust. Amen. Wenn dein Bruder jetzt etwas hat und du willst das auch unbedingt haben und du wirst hinfortgezogen, schau mal, niemand kann dich versuchen. Du bist versucht durch deine eigene Gier. Amen. Das Problem ist nicht außerhalb, sondern in dir. Du hast die Welt in dein Selbst eingeladen. Und was ist in der Welt? Sinneslust. Die Welt geht weg. Die Welt vergeht. Du kannst dein Vertrauen nicht hineinstecken. Wenn du von deiner Sinneslust hinfortgezogen bist, dann hast du versucht. Die Sinneslust ist versucht. Die Sinneslust empfängt. Die Sinneslust bringt hervor die Sünde. Und die Sünde bringt den Tod hervor. Ihre sei Gott. Wenn wir diese Sachen verstehen, kommen wir zu dem Verständnis, dass Jesus Christ nicht nur gekommen ist, um die Sünde hinfortzunehmen, wie wir wissen. Jesus Christ in dir und in mir ist gekommen, um die Sinneslust hinfortzunehmen. in Christus ist die vollkommene Erfüllung von allem, nachdem du begehren kannst. Wonach du gierst, ist schon in dir. Du brauchst nicht neidisch sein. Du brauchst nicht eifersüchtig sein. Du brauchst niemanden schlagen. Du brauchst niemanden stören, um seine Sachen zu bekommen. Alles ist in dir. Denn Jesus Christ ist alles. Wenn du ihn hast, hast du alles. Und daher erzählt uns die Bibel, was auch immer du verlangst, glaube, dass du schon Empfang hast. Es ist nicht etwas, was sein wird. Es ist etwas, was schon ist. Jetzt weiß ich, dass in der christlichen Welt diese Verstandeshaltung behält. Nein, nein. Was auch immer du willst, verfolge es und streng dich an. Nein. Du kannst die Sachen nicht verfolgen. Was du berufen wirst, zu verfolgen, das bist du schon. Was du berufen wirst, zu verfolgen, das hast du schon. Und so sage ich dir heute, dass du nur eine Pause machen musst und realisieren musst, dass was du strebst, das bist du schon. Wo du hingehen willst, da bist du schon hingekommen. Jesus ist das Ende unserer Probleme, von unserem Wollen, von unserem Lusten. Er ist die Lösung. Die Erlösung ist greifbar. Es ist keine abstrakte Sache. Es ist ein Bewusstsein. Du bist in ein Reich hineingestreten, wo in der Welt deines Verstandes du weißt, ohne jegliche Zweifel, dass du schon hast, was du haben willst. Du bist, was du sein willst. Und hier spricht Johannes drüber. Er sagt, das ist die Zuversicht und das Vertrauen, was wir in ihm haben. Denn, dass wir irgendetwas erfragen, nach seinem Willen, das Wort hier bedeutet Verlangen. Wenn wir irgendetwas verlangen, nach seinem Willen, hört er uns. Ehre sei Gott. Matthäus 6, Vers 9, sagt Jesus zu seinen Jüngern, Er sagt auf diese Weise, betet. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt sei dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie auch im Himmel. Dein Wille geschehe auf der Erde, wie auch im Himmel. Was sagte Jesus? Er sagte, im Himmel ist der Wille Gottes schon erfüllt. Im Himmel ist der Wille Gottes erledigt. Im Himmel ist der Wille Gottes gegründet. Im Himmel. Halleluja! Er sagt, das, was im Himmel gegründet ist, sei gegründet auf Erden. Amen! Amen! Wenn jetzt der Wille Gottes schon vollkommen gegründet ist und du wandelst auf der Erde mit einem irdischen Verzeihung, einem himmlischen Bewusstsein, bedeutet, dass jeder Wille Gottes, jedes Verlangen Gottes schon erfüllt ist. also der Mensch, der auf der Erde war, und das versteht, ist schon ein Paket, also schon erledigt in dieser Hinsicht. Er weiß das nicht. Er hat die Zuversicht noch nicht. Amen! Dass er eigentlich schon hat, was er verlangt. You see how terrible religion is? Seht ihr, wie schrecklich die Religion sein kann? Religion will tell you, go after what you want. Die Religion sagt, verfolge, was du willst. Amen! Amen! Pursue it! Verfolge es! Amen! Amen! Nein! Jesus Christ Jesus Christ has come to give us rest ist gekommen, um uns Ruhe zu geben. This is my yoke is light! Er sagt, mein Yoke is light. Yoke is teaching. Das Yoke bedeutet die Lehre. Yoke is doctrine. Das Yoke ist die Unterrichtung. Amen! Amen! It is mine is light. Meins ist leicht. Why is it so light? Warum ist das so leicht? What you want, you are. Was du willst, das bist du schon. Is light. Das ist leicht. Der Pharah sees. Der sagt. Der Pharah sees. Die Pharisäer. Der Yoke was a burden. War eine Last. Amen! Amen! Gott gab ihnen das Apostelgeschichten-Gesetz. Gott gab ihnen die Zehn Gebote. Und die Apostelgeschichten. 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 In den Zugefüge. Die 613 Gesetze. They were trying to say, let us interpret the ten. Er will uns sagen, lasst uns diese Zehn mal weiter interpretieren. Amen! Amen! Until it becomes a burden, they themselves can't end. They can't understand it. They became confused. Und bis es eine Last wurde, die keiner mehr verstehen konnte und alle waren verwirrt. Jesus kam zu mir. Jesus sagt, kommt zu mir. Alle, die ihr arbeitet und schwer beladen seid. Und ich gebe euch Ruhe. Mein Joch. Tugos in der Griech. Im Griechischen. Tugos. Which means teaching. Was bedeutet Lehre? My Joch is easy. Meine Lehre wiegt leicht. Halleluja! Halleluja! Thank you, Lord Jesus! Danke, Herr Gott. Jesus. That's why Isaiah says, my Joch, the anointing breaks the Joch. Deshalb sagt, Jesaja, mein Joch, the anointing breaks the Joch. Die Salbung bricht das Joch. Amen! Amen! It's not the oil, the poor on you and everything. Nothing is broken. Es ist nicht das Öl, was man über dich gießt. The teaching. Die Lehre. Liberates you. Befreit dich. Halleluja! Halleluja! You know you are not generationally cursed. Du weißt, dass du nicht den Generationsfluch trägst. Is it not easy? Ist das nicht leicht? Is it not light? Ist das nicht leichtwiegend? You don't realize that Joch that has been broken by that? Realisierst du nicht, dass das Joch schon dadurch zerstört wurde? Amen! Amen! Halleluja! Halleluja! Glory be to God! Ehre sei Gott! Thank you Lord Jesus! Danke Herr Jesus! Amen! And so Jesus is saying to us, deshalb sagt uns Jesus, that his the will of the father, the will of the father, is settled, is settled, in heaven. And that's what David also repeated in the book of Psalms, and so antwortete auch Jesus in the book of Psalms, in Psalm 119, the verse number 89, in Psalm 119, Vers 89, it is forever, oh Lord, thy word is settled in heaven. Und er sagt, für immer, oh Herr, ist dein Wille gegründet im Himmel. Amen! Thy word is settled in heaven. Dein Wort ist gegründet im Himmel. The word of God, das Wort Gottes, is the father's will, is the wille des Vaters. It is settled in heaven. Und es ist gegründet im Himmel. Amen! So if you ask anything, und wenn du irgendwas erbittest, according to that which is settled in heaven, dementsprechend, was im Himmel gegründet ist, the father hears you, hört der Vater dich. You see, I've said this some time back, ich hab das schon vor längerer Zeit mal gesagt, in heaven, im Himmel, it is not written that you are sick. Steht nicht drin, dass du krank bist. In heaven, im Himmel, it is not written that you are poor. Steht nicht drin, dass du arm bist. In heaven, im Himmel, it is not written that you are weak. Steht nicht drin, dass du schwach bist. In heaven, im Himmel, forever, für immer, it is settled, steht dort gegründet, that you are healed, that you are rich, dass du reich bist, that you are peace, dass du Frieden bist, that you are joy, dass du Freude bist. It is written, es steht geschrieben, and so Jesus said, und so sagte Jesus, through the mouth of the prophet David, durch den Mund des Propheten David, es ist forever, für immer, dein Wort ist settled, ist dein Wort gegründet, in heaven, im Himmel. And so when we pray, und so wenn wir beten, according to the settled will, entsprechend seines gegründeten Willen, the Father Jesus, hört uns der Vater. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So whatever you desire, was auch immer du verlangst, according to his will, entsprechend seines Willens, he hears you, hört er dich. Doch wenn du zu ihm kommst, Vater, ich bin schwach, die Sachen laufen nicht, es ist nicht so, dass der Vater dich nicht hören würde, was du sagst, blockt dich von dem, was er zu dir sagen will. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Danke, Herr Jesus. So we shouldn't tell God our problems. Wir sollen Gott nicht unsere Probleme erzählen. Why should you tell him your problem, when he has already given you the solution? Warum solltest du ihm seine Probleme erzählen, wenn er dir die Lösung schon gegeben hat? Amen. Jesus says, ask everything, anything to the Father, in my name. Jesus sagt, bittet alles vom Vater, in meinem Namen. No, he was not referring to you, coming to him and say your problems, problems and say in Jesus' name. That is not what he was referring to. Let's talk religion. He was talking to the man that has elevated his place, himself and established himself in the established will of God. And that is the name of God. That is the character that God has given to us, the premise on which we call upon his name. Er hat nicht gesagt, du sollst vor ihm kommen und deine Probleme aufzählen und sagen, im Namen Jesu. Nein, er hat dich über all das erhoben. Er hat das alles schon erledigt in Jesus. Du bist mit ihm erhoben. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus. Du stehst schon dort festgegründet. Thank you, Father. Danke, Vater. Der Name Jesu ist ein starker Feld. Aber jenseits des Namen will Gott dein Denken erheben, um die Gedanken Gottes über dich aufzunehmen. Amen. Was sind die Gedanken Gottes über dich? Alles, was er in Christus für dich hat, für dich schon erreicht hat. Deshalb sagt Paulus, lass dieser Verstand in dir sein, der auch in Christus Jesus war. Amen. Dieser Verstand machte ihn zuversichtlich. Deshalb stand er vor dem Tod, vor dem Grab von Lazarus, tot für vier Tage. Er war schon am Verrotten und der Prozess der Verwesung hatte schon begonnen. Viele von uns stehen vor unseren Hindernissen, wie vor unserem Lazarus. Was sollen wir tun? Sollen wir sagen, es gibt keine Hoffnung? Sollen wir in der Denkweise von Materie und dem physikalischen Wandeln? Mater. Mater, Verzeihung. Amen. Amen. Und sagen, Jesus, wenn du schon da gewesen wärst, dann wäre diese Situation nicht so schlecht ausgefallen. Nein. Nein, es gibt keine Situation, die von Gott nicht zu überwinden ist. Du musst nur deine Zuversicht zurückgewinnen. Jesus stand vor dem Grab. Er sagte, Vater, ich danke dir, da du mich immer hörst. Amen. Danke. Amen ist einfach. Halleluja. Halleluja. John 11, Vers 42. Johannes 11, Vers 42. In der gesamten Schrift ist das das stärkste Gebet. Der Mann, der zuversichtlich war. Ich weiß, dass du mich immer hörst. Denn für das Gute des Volkes rufe ich zu dir. Er sagte, Lazarus, komm heraus. Denn er wusste, das ist nicht Lazarus, der die Stimme hört. Der Vater. Amen. Der Vater, selbst im Tode, wird er dich beleben. Amen. Danke, Herr Jesus. Deshalb sagt die Bibel von Gott, in Römer 4, Vers 17, Gott, der die Toten ruft. Gott, der die Toten belebt. Er macht die Toten lebendig. Und macht die Dinge, die nicht so, wie sie nicht waren. Das ist dein Gott. Als wäre es nicht da. Das ist dein Gott. Amen. Er ruft die Toten und belebt sie. Amen. Amen. Und das ist die Macht, die du und ich haben. Und das erzählt Johannes dir. Das ist die Zuversicht. Das, was du bittest, nach seinem Willen. Sein Wille ist schon erfüllt. Ist schon gegründet. Ist gegründet im Himmel. Und so setzen wir fest, dass das, was schon geschrieben ist, nach uns ist es schon geschrieben. 2. Korinther 3, Vers 13. Wir sprechen, da wir glauben. Amen. According, wie es geschrieben ist, haben wir gesprochen, denn wir glauben. Danke, Herr Jesus. Halleluja. Was ist geschrieben? Es ist der Wille Gottes. Wo ist es geschrieben? Im Himmel. Wo ist der Himmel jetzt? In deinem Herz. In deinem Herzen. Denn in 2. Korinther 3, sagt er, es ist nicht in Fels geschrieben, sondern auf die Tafel deines Herzens. Was ist dort geschrieben? Amen. Es ist nicht das, was sein wird. Es ist das, was ist. Das, was ist. Halleluja. Halleluja. Genau jetzt steht es in deinem Herzen. Genau jetzt steht es in deinem Herzen. Daher kannst du auch betrogen werden und getäuscht. Zu denken, dass das, was in deinem Herzen geschrieben ist, das, was sein wird. Und so fängst du an, etwas zu verfolgen. Eine Illusion. Und zwar die Illusionen. Amen. Amen. James 1, Vers 16. Jakobus 1, Vers 16. Do not air, my brethren. Do not be in error. Do not be deceived. Fehlt nicht. Hä? Das hat Jakobus gesagt. Warum sagt er das? Macht keinen Fehler, denn ihr könnt leicht getäuscht werden. Denn die Täuschung ist, um dich zu nehmen, dich auf eine Reise zu bringen, um etwas in der Zukunft zu erfüllen, während alles schon für dich erfüllt ist. Durch den Faktus, dass du mit Christus identifiziert wirst. Christus ist ist the Fathers is is the Fathers fulfilled desire. Ist das erfüllte Begehren des Vaters. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. And so John said und so sagt Johannes is the verse 16 Vers 16 no the verse 15 rather Vers 15 er 1 John 5 the verse 16 er 15 Johannes Vers 15 He says and if we know that he hears us when we wissen, dass er uns hört when we know that he hears us because the problem is to know that he hears us because that is our confidence right and that is our confidence right and now if we know when we jetzt wissen that he hears us that he hears us that he hears us look at what he said schaut was er sagt whatsoever we acts was auch immer wir bitten whatsoever we desire was auch immer wir verlangen so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, was wir von ihm erbeten haben. Amen. Ihre sei Gott. Danke, Herr Jesus. Amen. Was auch immer wir verlangen, wir wissen, dass wir die Bitten schon haben, die wir von ihm verlangen. Das ist unsere Zuversicht. Amen. Jeder Mensch, der auf dem Angesicht der Erde wandelt, wenn du immer noch wankelmütig bist, bedeutet das, dass deine Zuversicht noch nicht gereift ist. Du denkst noch, dass der Vater deine Bitten manchmal erhört und manchmal nicht, tut er aber nicht. Amen. Seht ihr, manchmal erzählen wir den Leuten, dass der Vater Nein sagen kann auf dein Gebet? Oder Ja. Oder vielleicht. Oder später. Hast du das Gebet schon mal gehört? Schaut mich an, als wenn ihr noch nicht so lange in der Kirche seid. Amen. Ich sag das mutig. Als wenn Gott ein Mensch wäre. Halleluja. Gott hat geantwortet. Und seine Antwort ist Ja. Und Amen. Auf alle unsere Verlangen. Doch unsere Verlangen müssen nach seinem Willen sein. Nicht nach der Sinneslust. Viele kommen zu ihm, die gelüsten. Und sie bekommen nicht die Antwort auf ihre Gebet. Aber die sagen, Gott, du antwortest mir nicht. Er hört die Sinneslust nicht. Amen. Er antwortet der Sinneslust nicht. Amen. Gott erfüllt sein Willen. Und sein Wille ist gegründet im Himmel. Sein Wille ist erfüllt in Christus. Deshalb sagt die Bibel, alle Versprechen Gottes in ihm sind Ja und Amen. Halleluja. Halleluja. Und so ist alles, was wir je verlangen, schon erfüllt. Realität. In Christus. Amen. Wenn wir in Christus sind, haben wir dies Vertrauen, was auch immer wir bitten, wir wissen, er hört uns. Denn wir fragen nach seinem Willen. Und wir wissen, dass er uns hört. Wissen wir, dass wir haben. Und zwar die Bitten. Von was wir verlangen von ihm. Denn unser Verlangen ist von ihm. Ist nicht von uns. Ehre sei Gott. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Deshalb ist Gebet auch die einfachste Sache. Ganz einfach. Wisst einfach den Willen Gottes. Wenn ihr den Willen Gottes kennt, seid sicher, dass der Vater seinen Willen auch hört. Und wenn der Vater seinen Willen hört, dann wisst ihr, wenn du bittest nach seinem Willen, dann hört er uns. Warum will er uns nicht hören? Amen. Amen. Warum? Halleluja. Halleluja. Ganz einfach. Aber wir wollen seinen Willen gar nicht erst finden. Doch wir wollen unsere Sinneslust erfüllen. Und das ist das Problem. Amen. Gott erfüllt nicht unsere Sinneslust. Du brauchst nicht etwas haben, weil jemand anderes es hat. Du brauchst nicht etwas haben, weil jemand anderes es hat. Du brauchst nicht etwas haben wollen, um dich in den Augen anderer größer zu machen. Nein. Du bist hier, um dein Schicksal zu erfüllen. Und deine Bestimmung deines Lebens ist in dir schon drin verpackt. Amen. Dein Ziel. Das ist auch die Bestimmung. Wo du hingehst. Du bist schon da. Bist du schon. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Du bist. Was du verlangst. Amen. Du hast. Du hast. Was du verlangst. Was du verlangst. Wenn du darüber nachdenkst, was ich gerade sage, dann braucht es eine große Stärke, das wirklich tief zu verinnerlichen. Was du verlangst, das bist du schon. Und so wird es die Kraft benötigen, die Kraft deiner Vorstellung, um zu realisieren, mit einem Bild, das du sehen willst, um zu realisieren, das, was du sehen willst, was du verlangen willst, du schon bist. Aus diesem Grund ist unser Verlangst nur erfüllt durch die Kraft unserer Vorstellung, du musst sehen, was du sein willst. Für Gott ist es die Sicht, nicht die Manifestation. Die Manifestation ist nicht deine Angelegenheit. Es ist nicht deine Kraft. Es ist die Sichtweise. Daher haben wenige Menschen Visionen. Amen. Amen. Visionen sind eine große Kraft. Ich spreche jetzt nicht darüber, Visionen zu haben. Amen. Jeder kann das haben. Aber einfach für dich, um sich selbst zu sehen, im Bild, dass Gott von dir sieht, ist ganz schön schwierig. Amen. Hier sind die Schwierigkeiten und der Kampf. Deshalb sagen die Sprüche, da wo keine Sichtweise sind, vergeht mein Volk. Amen. So today, heute, erzählen sie uns, so wie Christus ist, so sind wir in der Welt. Wir können uns das kaum vorstellen. Amen. So wie Jesus wirklich ist, so bin ich in dieser Welt. Du musst die Kraft deiner Vorstellung benutzen. Die Sicht in dir. Und sagen, yes, this is who I am. Das ist wer ich bin. Halleluja. Just like Jesus, so am I. So wie Jesus bin ich. I mean, you can have that vision and it's so tangible and you are not confident. Du kannst die Sicht haben und sie ist so greifbar, aber du bist nicht zuversichtlich. Amen. It doesn't mean that problems will not come. Das heißt nicht, dass keine Probleme kommen. It simply means before problems come, you have the solution. Das heißt einfach, bevor die Probleme kommen, hast du schon die Lösung. Because the solution is your confidence. Denn die Lösung ist deine Zuversicht. Your confidence is that the Father hears you. Dein Vertrauen ist, dass der Vater dich hört. Und wenn der Vater dich hört, dann wird er dir geben und zwar alle Bitten, die du von ihm verlangst. Denn du bist zuversichtlich. Ehre sei Gott. Unser Vertrauen in Christus ist, dass der Vater uns hört. Unser Vertrauen in Christus ist, dass wir keine Sünder mehr sind. Deshalb sagt uns Jakobus, das Gebet des Gerechten. Weißt du, wer der Gerechte Mensch ist? Der Mensch, der bewusst ist, dass er kein falscher standendes Wesen ist. Amen. Dass er kein Sünder ist. Du bist entweder gerecht oder Sünder. Und so ist das Gebet des Gerechten ist, wenn wir es vier haben. Es hat große Kraft. Und wenn du auf dieser Zuversicht stehst, dann weißt du, der Vater kennt dich. Und was auch immer du sagst, du weißt, dass du es empfangen wirst. Denn du verdoppelst nur. Du spiegelst nur wieder die Realität, von was du bist. Ehre sei Gott. Jesus stand vor der Menge. Und er fragte seine Jünger, was können wir mit diesen Leuten machen? Denn die Bibel sagt, er wusste, was er tun würde. in Johannes 6. Er wusste, was er tun würde. Und wenn sie ankommen und viele Fragen stellten, zum Beispiel, was können wir tun, um diese Menschen zu nähren? Und Jesus sagte, die Bibel sagt, er hob seine Augen zum Himmel und gab Dank. Amen. Halleluja, das war sein Gebet. Ein paar von uns müssen sich sammeln. Wir werden zusammenkommen. Wir beten die ganze Nacht. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Versteht mich nicht falsch. Wir dramatisieren viele Sachen. Versammelt die Leute. Lass uns beten. Damit Gott etwas tut. Aber erinnert euch, diese Leute waren hungrig. Und du willst, dass sie noch hungriger sind. Hast du zu dem Mann von Gott mit deinen Problemen gezogen? Er sagt, okay, lass ich dir eine Recomendation geben, um einen Tag zu töten. Man, komm mal. Du kannst gut essen. Du bist so schwer. Und sie stellen den Bedien auf dich wieder. Insofern geben dir die Lösung. Und wenn man zu diesen Menschen hingeht und sagt, Mann Gottes, streng dich an, faste, obwohl du hungrig bist, faste noch, streng dich an, dann legst du noch größere Lasten auf ihn drauf. No, less embrace what Jesus Christ has brought to us. Lasst uns umarmen und empfangen, was Jesus Christus uns gab. Amen. Sein Joch ist leicht. Lasst uns zuversichtlich sein. Lasst uns unser Vertrauen in ihm haben. Und wenn unser Vertrauen gegründet ist, dann wissen wir, dass der Vater uns hört. Wo auch immer wir hingehen, wir wissen, wir sind in der Gegenwart des Vaters. Es gibt keinen Ort, wo Gott ist, und einen anderen Ort, wo er nicht ist. In deinem Arbeitsplatz, ist er da. In der Gemeinde, ist er da. Er ist überall. Wandel in diesem Bewusstsein. Und deine Zuversicht wird den Weg öffnen. Amen. Danke, Herr Jesus. Lasst uns heute jetzt unsere Hände erheben. Verherrlicht seinen Namen. Danke, Herr Jesus. Danke, ewig währender Vater. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Er hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben. Er hat uns nicht den Geist der Schüchternheit gegeben. Wir sollten nicht eingeschüchtert sein durch Probleme. Wir sollten nicht eingeschüchtert sein durch die Feindlichkeit der Welt. Wir sollten nicht eingeschüchtert sein durch die Schönheit, die wir um uns sehen, die Sinneslust in uns erschaffen werden. Nein, du musst wissen, wer du bist. Du musst wissen, was du hast. Das ist zuversichtlich. Du musst vertrauensvoll sein, dass du im größten Palast lebst. Benneide nicht. Bis du das weißt, wird es in dir erschaffen werden. Dieses Bewusstsein. Und wenn dieses Bewusstsein empfangen ist, wird es manifestieren. Es wird es auch hervorbringen. Es ist also nicht nur die Sinneslust, die du in deinem eigenen Verlangen hervorbringst. Es ist nicht durch die Sinneslust. Danke einfach dem Vater. Danke, Herr Jesus. Vater, wir segnen und loben dich heute. Wir danken dir, Herr, dass du uns die Zuversicht gegeben hast, gegründet zu sein in Christus. In ihm sind wir gegründet. Wir sind nicht nur für einen Besuch da. Wir bleiben in Christus. Er ist unser Zuhause. Und in ihm ist der Himmel und die Erde. In ihm ist alles. Genau jetzt bete ich, dass jede fehlerhafte Lehre die bewirkt hat, dass dein Volk in dieser Welt nicht vertrauensvoll ist. Sei heute zerstört. Vater, durch die Einfachheit deines Wortes lass dein Volk mutig hervorkommen, zuversichtlich, festzustehen vor jedem Hindernis. Und ich bete, Gott, dass die die Kühnheit haben, zu sprechen in der Mitte von Problemen, in der Mitte von Drangsalen. Ja, vor unserem Lazarus. Ich bete, Vater, dass diese Stärke wir jetzt empfangen im Mund deiner Leute. Dass sie sprechen mögen mit der Autorität. Und Gott, der auch in Tod belebt ist, wird feststehen im Namen Jesu. Aus der Dunkelheit soll das Licht kommen. Aus dem Tod soll Leben kommen. Aus der Dunkelheit soll Licht kommen. Also sprich zu deiner Dunkelheit. Sprich zu diesem Tod. Denn im Tod ist das Leben. In Dunkelheit ist Licht. Es gibt nichts, das tot ist. Es gibt nichts, das dunkel ist. Es sind nur unsere Augen, die uns täuschen. Deshalb sagt Jakob, seid nicht getäuscht. Jedes perfekte Geschenk kommt vom Vater. in dem nicht ein Schatten von Schlechtheit ist. Danke, Herr Jesus. Danke, Vater. Wir loben dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ehre sei Gott. Halleluja. Ehre sei Gott. Amen. Amen. We have to be confident. Wir müssen zuversichtlich sein. Vielen Christus. Vielen Christus. Halleluja.